Hallo liebe Zufahrer, heute spielen wir das Spiel Crocophant. Crocophant ist erschienen bei Huch in France, Autor ist der Wolfgang Derschel. Das ist ein Kinderspiel ab 5 Jahre für 2-4 Spieler und geht recht schnell 15 Minuten. Elias zeig mal die 2 tollen Würfel. Ein Würfel zeigt die Tiere an und das andere die Muster. Die sieht man nämlich auch hier. Ich zeig mal eine lustige Karte, zeig mal wie die aussehen. Genau so sehen sie aus, es gibt aber auch Karten die sehen so aus. Und was müssen wir jetzt machen? Hält. Ja die tauschen wir, so dass es keiner weiß. Der Elias nimmt sich jetzt einen Würfel, nicht beide, und würfelt. Und er muss versuchen das passende Muttiere. Auch du? Ja, dann bin ich wieder dran. Erst dein Tier. Jetzt musst du versuchen das Tier aufzudecken, das passende. Nein, das ist nicht das Tier. Dann wird das wieder umgetrieben. Ein Raubtier. Genau. Eine Raubkatze. Eine Raubkatze, ja. Ja. Und da du nämlich nicht das Richtige hast, bleibt der Würfel. Ich bin dran. Nimm den gleichen Würfel und deck ein Kärtchen auf. Ich weiß, du machst auch nicht. War wieder falsch. Der Elias behält den Würfel. Jetzt hat er den Elefant. Oh. Super. Das Kärtchen bekommt er 6 Karten. Genau. Der Elias nimmt sich schon den Würfel, legt ihn hin. Er ist ganz schnell. 6 Kärtchen braucht man, um das Spiel zu gewinnen. Ich nehme jetzt diesen Würfel. Aber jetzt brauchen wir 5, oder? Jetzt brauchst du nur 5. Oh. Ich glaube, das könnte... Nein. Das war das auch nicht. Oh. War das das gerade eben, was ich aufgedeckt habe? Oh nein. Genau. Das muss doch. Nächster Würfel. Vorhin hast du noch nicht so viel Glück gehabt. So, ich nehme mir da den anderen Würfel. Und den Elefant. Wo könnte noch ein Elefant? Weiß man nicht. Ich sage es dir nicht. Ah. Nein. Hauptkatze. Und nochmal Elefant. Die Giraffe. Nein. Das ist auch nicht. Nein. Nein. Doch. Das ist sie. Tatsächlich. Damit hast du das Spiel gewonnen. Aber es gibt noch eine Variante. Die zeigen wir auch. Und jetzt tun wir alle offen hinlegen. Alle verrückten Motive werden jetzt einfach platziert. In dieser Variante werden beide Würfel. Du hast es schon. Auf einmal. Auf einmal. Und dann geht es darum, wer schneller das passende Motiv findet. Und auch hier muss man 6 Tiere finden. Okay. Was ist denn hier? Hier. 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 Da war es zu schneller. Zeig mal. Passt das? Zeig mal. Jetzt hat man die Kamera, dass man das sieht. Jawoll. Ich das nicht? Nein. Nein. Doch. Das ist es. Da habe ich Glück gehabt. Erstes Spiel hast du gewonnen. Zweites hat der Papa gewonnen. 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 Vielen Dank.